Heute bin ich als Experte für die mündlichen Vermittlerbriefungen hier. Wenn wir jetzt einen Briefling haben, einen Kandidat, der sehr nervös ist, dann schauen wir, dass wir ihm gut zu reden können, dass wir mit ein bisschen Smalltalk das Erste einbrechen können. Im Normalfall reicht das schon, dass dann nachher die Briefing gut verlaufen kann und dass man für die, die seitdem nichts mehr merkt. Für mich ist es immer ein schönes Gefühl, wenn die Kandidaten reinkommen, nicht im Sinne von Juhui, da kommt jemand Neues, der nervös ist, sondern Juhui, da kommt jemand, der von Onigal zu langer Zeit angefangen hat, unter Umständen noch gar kein Wissen über Versicherungen gehabt hat und jetzt sitzt die Person hier und einen beraten. Das ist so schön, vor allem für mich im Hauptjob Ausbilder. Hierhin haben wir sie gebrochen oder haben wir geholfen, dass sie hierhin kommen und das ist so wie ein gewisser Dank, dem man entgegnen kann. Das Schönste finde ich immer, wenn meine Lehrlinge fragen, wieso ich so beim VBV mitmache, wieso ich Experte bin und dann ist die Standardantwort, ich liebe es einfach, wenn ich Leute leiden sehe. So ein Sadist. So ein Sadist clan. Vielen Dank.